Bevor meine Mama auf dem Bahnhof gearbeitet hat, war die zehn Jahre Bankerin bei der Deutschen Bank, vor allem im Anlage- und Kreditgeschäft. Die hat mir geraten, die Finger von Aktien zu lassen. Sie meinte immer, da verstehst du nichts davon und das ist sowieso viel zu schnelllebig. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht. Ich war immer schon sehr konservativ, habe mich dann aber von meinem Mann inspirieren lassen und habe dann im Rahmen des Börsenkreises auch Geld verloren mit Aktienanlagen. Das ist eine schmerzliche Erfahrung gewesen. Seither bin ich da sehr konservativ. Was ich auch gerne mache, ist ab und zu mal ein bisschen zocken mit strukturierten Produkten, mit gehebelten Zertifikaten und so weiter, wo man ein bisschen eher spielt, aber das mit kleineren Beträgen und nicht mit meinem gesamten Sparbetrag. Bei Geldanlagen, da kenne ich mich viel zu wenig aus. Da bin ich deshalb eindeutig langweilig. Bei mir gibt es Sparguthabenfonds und Anleihen. Es ist schon so, dass ich bei Geldanlagen eher konservativ bin. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass mich der Gewinn gar nicht genügend reizt, um große Risiken einzugehen. Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich eigentlich eher wenig mit Geldanlagen und setze da auf das ganze konventionelle Sparbüchlein oder Sparkonto. Für diese ganze Geldanlage-Geschichte, da interessiere ich mich nicht so dafür. Ich gehöre zu den Leuten, die tun ihr Geld auf ein Sparkonto und holen das wieder ab dort. Bei Geldanlagen bin ich sehr konventionell langweilig. Ich bin wirklich ein Sparer. Wie ich mein Geld anlege, hängt immer vom Zeithorizont der Anlage ab. Zurzeit träumen meine Familie und ich davon, vielleicht irgendwann einmal ein Eigenheim zu kaufen. Und dafür legen wir Geld zur Seite. Sehr kurzfristig einfach auf ein Sparkonto. Da möchten wir überhaupt kein Risiko eingehen. Umgekehrt, mein Geld in der dritten Säule habe ich so riskant wie möglich angelegt. Weil ich da noch zwei Jahrzehnte habe bis zur Emretierung. Und der lange Zeithorizont ist mir dann erlaubt, größere Risiken einzugehen. Das habe ich ganz selten noch nicht vor. Dann nein! Zaubleィ. Ausatmen lighten. Kbuchverweine Die Nive – Kئen koh, im wollte ich mein Geld für nuestras leale políticaspez Synes und Todesende. Deswegen! Du bist recht einIDE und schieb!